Das Synchrony Cochlea Implantatsystem wurde für Menschen mit schwerer bis hochgradiger Innenohrschwerhörigkeit entwickelt. Personen mit dieser Art von Hörverlust hören entweder nur sehr laute Töne oder überhaupt nichts. Das Synchrony Cochlea Implantatsystem besteht aus zwei Teilen, dem SONNET 2 Audio Prozessor und dem unter der Haut platzierten Synchrony 2 Cochlea Implantat. Der SONNET 2 Audio Prozessor wird bequem hinter dem Ohr getragen. Das Synchrony 2 Implantat wird chirurgisch unter die Haut eingesetzt. Vom Implantat führt ein flexibler Elektrodenträger in die Cochlea. Die Cochlea ist jener Teil des Innenohrs, der Schallwellen in Nervenimpulse umwandelt, die vom Gehirn als Hörinformation verarbeitet werden. Die Region tief im Innern der Cochlea ist zuständig für die Verarbeitung von Tiefentönen. Im vorderen Teil der Cochlea werden die Hohentöne verarbeitet. Die Cochlea ist mit tausenden Nervenzellen ausgekleidet, sogenannten H-Zellen. Diese werden von Schallwellen stimuliert und leiten den Schall als Nervenimpulse zum Hörnerv und schließlich zum Gehirn. Bei Personen mit schwerer bis hochgradiger Innenohrschwerhörigkeit sind die H-Zellen in der Cochlea defekt. Dadurch können keine Nervenimpulse produziert werden. Ein Cochlea-Implantat umgeht die geschädigten H-Zellen, indem es elektrische Impulse direkt an den Hörnerv abgibt. Der Sonnet II Audio Prozessor nimmt Klänge aus der Umgebung auf und wandelt sie in elektrische Signale um. Diese Signale werden über eine Spule durch die Haut an das Implantat gesendet. Das Implantat wandelt die Signale in elektrische Impulse um. Diese werden über eine Elektrode in die Cochlea geleitet und stimulieren dort jene Stellen, die für die jeweilige Tonhöhe zuständig sind. Die gezielte Stimulation über die gesamte Länge der Cochlea sorgt für eine möglichst natürliche Tonhöhenwahrnehmung und Hörqualität. Dank der elektrischen Stimulation gelangen Klangsignale direkt zum Hörnerv. Der Hörnerv leitet die Signale an das Gehirn weiter, wo sie als Töne und Geräusche interpretiert werden. Das innovative Synchrony CI-System trägt dazu bei, dass Menschen mit schwerer bis hochgradiger Innenohrschwerhörigkeit wieder bestmöglich hören können. . Die observing Synchrony CI-System trägt dazu bei, dassафil in der imagined 외ienste Stimulation zerntet wird. Die überlegge Figuren hat eine Autod asking, die ich meine Aussage Soonf connects das Gronong weiß, als Hörnerv. Vielen Dank.